ich schaue es ist noch wenn ich weiß jetzt absolut nicht wie ich da weiterkommen so dann sitzen wir morgen noch hier fürchte ich ja die Kugel muss ich mir zurechtlegen das habe ich schon richtig ganz nach links zurechtlegen und dann komme ich aber von da wieder Ende an die andere Seite des Raums auch gut habe ich sie mir ganz nach rechts geschickt links geschoben Prozent ich glaube irgendwo zwischendrin das muss ich jetzt gucken beim Raum über den Teleporter nach links gehen jetzt muss ich kurz überlegen der Raum mit der Eisen Kugel ist ja der zwei unter dem Boss wo die Dinger Feuersprung dann muss ich da hin wenn ich das richtig verstehe das war hier wieder raus nein tut mir nicht weh bitte die muss aus dem Weg mit dir lasst mich mal an den Anfang zurück ich denke mal damit ist der Miniboss Raum aber gemeint so nehme ich mal die Abgüßung wenn man ja von dem Raum kommt gehe und dann nach links bis zum Raum über dem Teleporter geht er nach links ja mir fehlt hier trotzdem eine Kugel die Eisen Kugel hast du hoffentlich schon aktiviert dass du dir leicht Moment hä ich habe diesen einzelnen Stein der da die ganze Zeit ist habe ich einfach ignoriert ähm ach verdammt was anderes fahren kann ich jetzt nicht mehr verdammt ich muss da hoch und von der anderen Seite da hin weil ich die Lore nicht mehr habe ich muss den Stein schieben damit eine Eisenkugel runterfällt auf die Idee bin ich einfach nicht gekommen und ich suche alles die Kugel die ich dafür brauche boah ne es war doch da drüben ok ich hatte verkehrt im Kopf ich muss den die rechte Lore fahren ui genau ich habe vergessen die Schale zu erwischen so nein geh weg von meiner Lore so ja genau da bin ich hier aber ich komme muss doch da lang ja ist ja gut meine Güte diese ganze Lore fahrerei so dann lass mich durch so den muss ich schieben oder wie der schiebt sich aber nicht dann ist es nicht ich habe dich doch in die Richtung geschoben warum hast du nicht reagiert du blöder Stein ja da ist das was ich die ganze Zeit gebraucht habe um die Tür da aufzumachen jetzt so meine Güte meine Güte Entschuldigung ich muss es jetzt doch nachgucken ich muss es jetzt doch nachgucken weil ich eigentlich den Dungeon schon längst fertig haben wollte so so damit du mich jetzt da meine Güte meine Güte dann komme ich jetzt hierhin hoffentlich an den Schlüssel das gefällt mir gar nicht ah verdammt ah verdammt jeder jeder ja da raus ja das bewegt sich da bist du ich habe ich gesucht meine Güte ich nehme den Schnellweg ich nehme den Schnellweg da habe ich ihn jetzt endlich den blöden Schlüssel so noch einmal ganz voll werden vom Boss wäre aber schon nice ja danke na gut ein halbes noch vielen Dank hey die hören auf mich das war verkehrt ähm wie bin ich vorhin noch mal darüber gekommen ich bin vorhin ja unbeabsichtigt dort gewesen in den Raum in den ich wollte ach nee damit die ja damit sie aufgeht muss ich euch noch mal wegmachen ah verdammt ich hätte alle drei auf einmal erwischen können einen habe ich erwischt wir sind so schon schwer genug zu treffen au dann wollen die auch noch dass man so einen Kack macht hä über welche Treppe bin ich da vorhin hingekommen ich weiß es nicht mehr nicht die da oder doch das könnte die gewesen sein doch das könnte die gewesen sein ja das war die doch das war die soll ich in dem Zustand den Boss versuchen naja ich glaube ich tue es mal ich versuch's vielleicht ist ja auch noch mal eine Fee da drüben drin wer weiß so nein das war keine das auch nicht aber auch nicht nee das auch nicht schade okay dann tricksen wir mit dem Safe Stage wieder ein bisschen sonst muss ich den ganzen Weg nämlich noch mal laufen hi oh hallo was haben wir denn da oben oh die sieht aber schmerzhaft aus nein vorbei erwischt oh au aber sie hat mich auch erwischt fürchte ich weil sie ist stachlig au genau ha Doppeltreffer nein er hat sich lauter Minions aufgeteilt au ich seh nicht wo du bist da bist du erwischt erwischt ich hab nicht all deine Minions erwischt was ein bisschen blöd ist du willst auf mich drauf plumpsen seh ich das richtig so ah schade ich dachte ich erwischte ich damit zweimal erwischt aber wieder nichts ah au nein nein ah verdammt nein weil die so stachlig ist die kugel wenn ihr mich selber berührt tut es weh hm fies fies wir laufen den weg nicht nochmal ich versuche es nochmal ja ich habe nur vier Leben hau ne in dem Moment ist er drüber gobst ach komm herz au au erwischt jetzt habe ich die Minions die die leider auch wehtun ah es gibt leider keinen Punkt an dem ich überleben kann ohne dass die mich treffen verdammt ach und ich kill mich selbst mit der kugel ouch ouch ein letzter versuch nein nicht so dann habe ich ja wieder kommt doch selber raus dann muss ich den weg wieder laufen ich probiere es noch einmal ansonsten muss ich mich voll aufladen weil hier kriege ich ja nichts oh das war gut ach verdammt ich habe sie nicht alle erwischt ach in dem Moment hüpft er ach knapp daneben ist auch vorbei erwischt ne da in so ne Ecke stehen bringt es mir leider auch nicht muss die kugel hin ach komm her auf drüber zu hüpfen zerteile sich hier das ist mein gleich viel und ich muss die alle töten das fände ich kacke ich ich heile mich mal irgendwie voll und mach das nochmal komm weil nur mit vier herzen wird das doch nix dafür bin ich zu teppich ich hätte gern mehr als fünf hm ok das war leider nichts so in den selben Vasen findet man nicht nochmal was kein Herz schade da habe ich eins ich warte bis der weg ist so damit bin ich vollgehalt von da meine Güte hier war das so nicht in die Stacheln fallen wenn es geht hu na wund Miyoko ich hänge schon eine ganze Weile in diesem Dungeon aber ich krieg den schon noch so irgendwie klein ne quatsch erst müssen die da weg weil sonst fass ich mit daran komm her Fledermaus also so nein nein nicht ins Loch fallen wollte ich eigentlich verdammt das war dumm da kriege ich das Herz wieder ersetzt ne kriege ich nicht aber ich bin voller als vorher also willst du mir noch das halbe Herz da lassen Fledermaus komm her nein dann halt mich doch ne schade ach das fehlt weil der halt hüpft hö und leider ist die so stachelig nein 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 nicht mich berühren ah knapp verfehlt jetzt hab ich ihn ne ich hab schon das Gefühl es werden jedes Mal weniger oh ich hab keinen gekillt verdammt gibt es eine Möglichkeiten die schnell zu killen hm mit dem Schwert ist nämlich nicht so geil ich versuche das als nächstes wo ist die Kugel gerade da ist sie erwischt ah verdammt nein das interessiert sie gar nicht wenn die mich bald berühren tun die mir auch verdammt weh ich hoffe der Schaden wird aber gespeichert den ich hier von denen reinhaue so wie deren so wie die toten exemplare gespeichert denn erwischt 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 jetzt werden sie wieder die kleinen Knöpse nein ich wollte mich da in die Ecke retten und von da nach links schlagen die wuseln so schnell die wuseln so schnell boink das kriegen wir doch noch gebacken so irgendwie eine Ecke suchen wo ich wenig abbekomme ha sehr schön da stehe ich schlecht aber da kommen mehrere vorbei oh schade ich dachte da kriege ich welche tot aha erwischt drei vier jetzt wird er sich wieder zerteilen ein paar habe ich erwischt da wo ist er da ist er erwischt oh und er zerteilt sich wieder oh der Knöpse erwischt mich da ich krieg dich klein wo ist die Kugel ach komm jetzt eins zwei drei nee das war schon vier die haben mich erwischt sind das nur noch drei von dem kann das sein nein ah falsche Richtung er ist nicht einfach zu treffen jetzt habe ich ihn nein ich mich nein der war so gut bei seinem Gehopst ist er gar nicht so einfach zu treffen jetzt ist er wieder aus dem Weg gehopst ich habe schon das Gefühl dass es weniger werden aber ich überlebe noch nicht ich sehe schon ich werde mit dem Dungeon heute nicht fertig oder es ist das einzige was ich tue diesen Dungeon bin falsche Richtung falsche Richtung Nummer drei nein wo ist er das Update da ist er nein geht weg ein paar habe ich erwischt andere Richtung schade wo ist er hingehüpft da ist er hin wo ist er da ist er einmal muss ich ihn aber noch treffen ich kann sie mit der Kugel ganz oh hätte ich das vorhin hätte ich das vorhin mal ausprobiert natürlich macht auch Sinn mit dem Schwert ist so aufwendig wenn es schon mit der Kugel den großen haut nein 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 oh das ist okay zwei drei vier wo ist der letzte oh der hat wieder den großen geformt oh und der große ist schnell geworden ich habe das Gefühl wo ist er ach der hätte sich vielleicht getroffen erwischt naja verdammt nein hast du gerade einfach so ein sprunges Ziel gehen ich hätte ihn fast warum springt der da ausgerechnet okay 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 fast es war nur noch einer seiner Zwerge nur noch einer aber ich habe verstanden ah schade er ist da verschwunden nein vorbeigeschlittert so wenn ich die alle auf einmal gleich erledigt habe ist Ende meine Güte ich habe den Herzcontainer ja hat aber lange gedauert ey du erhältst die wohlige Wärme einer Sens der Natur milde Tage lassen die jungen Bäume durch wohlige Wärme an Stärke gewinnen mei 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 mal wieder voll verfransel und dann muss ich es doch nachgucken aber jei endlich doch Einhornhöhle fertig oh Amy wohlige Wärme hat mich gestärkt im Traum sah ich Amy in weitläufigen Ruinen vielleicht liegt dort eine weitere Essenz versteckt und er ist wieder eingeschlafen gute Nacht